Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Hearthstone mit dem guten Atta Boom. Und den besten Squall aller Zeiten. Ja, besser als denn je. Und wir spielen heute mal wieder eine Runde Hearthstone und zwar den neuen Tavern Brawl. Atta, willst du den neuen Tavern Brawl erklären? Also, alle Minions bekommen Spot und Ansturm. Und ja, egal was du spielst mit Minion, außer die Minions, die durch einen Call dazugerufen werden. Wie zum Beispiel bei der Spille, wenn die stirbt, die beiden 1-1 sagen, bekommen keinen Spot und keinen Ansturm. Ja, oder genauso bei Zauberkarten, die kriegen auch keinen Spot und Ansturm. Also es ist wirklich, es ist ideal, ihr habt es vielleicht schon bei der Folge auf meinem Kanal gesehen. Es ist ideal für Aggro-Decks. Und so ein lustiges Deck habe ich mir jetzt mal gebastelt. Ich habe ja in meiner Folge ganz schön aufs Maul gekriegt von einem Ding. Von, wie heißt der nochmal hier? Fällt der Name gerade gar nicht ein. Zack, da mal. Deine Folge heute noch nicht gesehen. Ja, richtig. Das ist auch gut, dass du meine Folge nicht gesehen hast. Die Folge heute, äh, was ist eigentlich meine Folge heute? Heute war irgendwie... Äh, Ranked hattest du. Ja, richtig Ranked. Wo du in der zweiten Runde richtig perfekt spekuliert hattest. Ey, ja, das ist auch richtig lucky, ey. Und das ist gut, dass du den hast und dass der... Oh, da kriegt der taunt. Boah, da hast du echt was ausgedacht, ey. Das ist echt gut. Ja, so hat sich mein Schurkenack auch gebaut. Nur mit Minions, die halt... Also mit den Eiern ist auf jeden Fall sehr geil, weil du musst angreifen. Das heißt, ich kriege in 2 1 4 4 4. Ja, aber... Also das war... Du hast... Wie er erzählt, hat er jetzt keinen Anstrengung und keinen Spott. Das ist das erste. Und das zweite Mal habe ich keine Lust auf den. Achso, dann sag doch mal Tschüss zu ihm. Ja, Tschüss. Ich probiere es nur, dass ich jetzt ein bisschen gut mir... ...dinge reingeklatscht habe. Ja, das war es... Ja, gut. Das war klar, dass es jetzt irgendwie sowas kommt. Auch mal, warum hat er... Das fand ich nicht cool. Ja, in der nächsten Runde. Einmal Schaden schluck ich noch. Meine nächste Karte, die ich ausspiele, wird lustig. So lange habe ich dir noch ein bisschen ins Gesicht. Ja, ja. So, jetzt mal gucken, was jetzt kommt. Hier, der Korn verfügt, oder... Danke. Wow, nice. Der ist natürlich echt awesome, muss man schon sagen. Aber du hast ja eh was, um das zu vernichten, also von daher. Äh, muss ich glücklich machen? Jo, ich war glücklich. Okay, das war halt echt ein Lucky Punch jetzt, also... Ja, dankeschön. Wir haben irgendwie sowas vergessen, ne? Und was? Ach ja, genau, Greetings. Ich muss sagen, ich finde, der Schamane ist, glaube ich, der freundlichste von den ganzen Charakteren, die es gibt. Aber der sagt erstens mal, Greetings, Friends, und, ähm, wenn du aufgibst, sagt der auch irgendwas, will irgendwas freundliches. Das ist, ich finde, der Schamane ist ein sehr sympa little color. Oh, guck mal, was ich da für eine schöne Karte habe. Ich habe Angst. Ja, leck mich doch am. Apropos, nein. Also, ich glaube, die Runde hast du gewonnen. Ich komme nicht. Ich muss auch sagen, der Schamane ist absolut OP. Ich muss einfach, ich kann immer nur kontern. Ach komm, echt jetzt noch ein Schaf. Ja. Ich komme irgendwie nicht, also ich habe auch keine vernünftigen Minions mehr. Ah, ich muss jetzt halt auch mal anfangen, hier die herauszuspielen. Die haben zwar leider keinen Charge, aber sie sind relativ cool trotzdem. Ja. Aber wenn er jetzt einen Flamestrike hat, dann ist halt mein Board hinüber. Das muss man halt auch ganz klar mal sehen. Secret, oh, ein Secret. Ach nee, nicht der Kleine. Aber das Gute ist, du kannst mit dem nicht direkt angreifen, weil sonst stimmt er. Direkt. Ah doch, du kannst angreifen. No. Don't do this. Warum soll ich nicht mit ihm angreifen können? Ey, das ist ja das Problem, dass du mit ihm angreifen kannst. Oh, jetzt habe ich die Combo für dich. Pass mal auf. Echt, wieso? Das ist ja noch kein Problem. Der ist auf jeden Fall mal weg. Jetzt spiele ich den hier raus. Ich hoffe, du hast einen Mirror Entity da da. Ne, hast du leider nicht. Ich hoffe, es ist ein Vaporize, oder? Ja, es ist ein Vaporize. Ich kann dich aber nicht töten. Ja, aber der ist ein Rondo. Ich habe nicht zum Heilen drin. Guck mal, wie gut er ist, hey. Die Windfury-Viecher. Guck mal, der kostet ein Mana. Hathorn und Windfury. Das ist absolut OP des Todes. Vielleicht ziehe ich noch irgendwas. Ja, jetzt. Jetzt. Ja, komm, dann do it. Nee, die kann ich gerade gezogen haben. Na ja, die hier. Ja, was trägt die hier nicht? Nein, die meine ich jetzt nicht, aber die ich gezogen habe gerade. Ja, du wirst noch Einzug überleben, wenn ich jetzt nicht irgendwas, was Gutes ziehe. Oh, okay. Ja. Lass mich Einzug überleben, sonst wirst du sehen, was ich meine. Aber Atta. Aber Atta, ich habe gewonnen eigentlich da. Ja, ist ja geil. Ich habe noch auf der Hand. Ist ja, ist okay, komm. Die ist raus. Den habe ich gerade gezogen gehabt. Dann den. Oh, jetzt kannst du mich töten. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder eine Karte ziehen, um dich zu töten. Oh. Rat mal, wenn ich gerade gezogen habe. Erzähl mal. Ja, ich zeig's dir. Guck mal. Das ist ein ganz cooler Bro von mir. Na. Ja, ich habe noch das Drachenei gezogen und Lordepp auf der Hand gehabt. Ja, gerne. Gut. Aber ich muss dir zeigen, wenn du da sehr, sehr aggressiv spielst in diesem Modus, dann ist das schon ganz geil. Willst du ein Replay? Ja, Logo. Also Rematch, Replay ist ja nochmal was anderes. So. Also ich habe das Deck jetzt mal so schnell auf die Stelle zusammengestellt. Also ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, aber nicht ausgereift. Ich hatte ja anfangs kaum Monster drin. Ich habe das Deck auch gerade eben kurz mal so vor der Aufnahme zusammengestellt. Ja. Aber es ist halt trotzdem, ich muss sagen, ich habe halt immer so ein bisschen so dieses Bild vorm Kopf, wie ich spielen muss. Aber deswegen ist es halt schon relativ geil, weil das Deck, was ich, also die Hand, die ich jetzt schon alleine wieder habe, ist echt awesome. Aber die Kombu mit den Eiern ist auf jeden Fall schon mal geil, in dem Spielmodus, weil du kriegst immer wieder ein neues Minion aufs Board. Auf jeden Fall. Auch wenn es kein Charge und keinen Spot hat, bringt ihr in dem Moment vielleicht nicht so viel. Tunnel Truck. Und was konnte er? Ach, lepp mich am Fuß. Ne, ne, lass mal. Ja? Ja, jetzt ist halt, wie ich, die Frage ist halt jetzt, was wirst du jetzt töten? Beides. Kannst du nicht. Kann ich. Kannst du nicht. Kann ich. Ne, ich glaube, du kannst es nicht. Geht zuerst recht, wenn ich richtig die Karte ziele. Aber die hast du dich gezogen. Ne. Siehst du? Da hätte ich links, ich hätte ja den 1 auf alle Feinde verteilen, dann ja. Ja. Oh, come on. Warum? Weil ich es kann. Also das Deck mit der Idee, wenn ich hatte, muss ich auf Akku spielen, da hätte ich keine Revenions reinnehmen müssen, das weiß ich selbst. Ja. Ich habe halt jetzt eine Problematik, dass ich halt jetzt in diesem Zug absolut nicht spielen konnte, weil ich so viel für Ding rausgehauen habe. Für die Combo gerade, dass das halt einfach für mich nicht möglich war. Aber dafür habe ich den hier. Oh, der ist nice. Did he bring some fish? Und... Also ich habe ja Glück, dass du wieder Spot hast. Weil der Spot hat, braucht mir den Schaden nicht zu sorgen. Warum? Du kannst ja trotzdem auf meinen anderen Spot gehen. Ja, klar. Das ist halt der Vorteil von dir. Das muss ich natürlich ganz klar sagen. Ja, der macht dann natürlich das Board Clear. Ja, darf ich nicht? Ne, 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 finde ich nicht cool und so. Ich kann doch öfter das Board Clear machen. Also auch durch Clear, aber minimieren von dir. Das ist viel. Face. Meinst du, das hat dir was gebracht? Jo. Nicht, nicht. Du hast einen Silence. Ah, okay, du hast das Schaf. Verdammt. Na gut, damit ist der Deathrattle halt hinüber. Das ist schon klar. Na, dammit. Eine Karte hat uns ausgespielt. Du kannst es bei dem nochmal machen. Auf jeden Fall beim Schaf. Ja, Leute, aber wir haben auch mal so eine andere Sache. Wir haben natürlich unsere Challenges, die wir hier euch anbieten. Da könnt ihr natürlich jederzeit wieder mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine geile Idee habt, was wir für euch für eine geile Challenge spielen können. Eine geile Challenge auch noch. Ja, weil es kannst. Ach, shitty, wegschützen, ey. Ach, come on. Das gibt's nicht. Da war euch ein bisschen zu. Gonski hat es zwar schon aus einer Challenge gegeben gehabt, mit einem Schrottdeck. Oder wir haben uns selber schon eine Challenge gegeben. Also, ihr könnt auch sehr kreativ sein. Aber, ähm, ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr so allgemein für Kartenspiele seht. Wenn ihr meint, Harzl ist schon geil. Aber wir haben auch andere Kartenspiele, das sieht ja auch, äh, Free Games zum Beispiel, die wir mal testen können für euch. Natürlich auch noch, ähm, 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 das will ich jetzt nicht haben, oder? Ne. Das ist sehr schön, dass du das wegmachst. Ach, nö, echt jetzt? Ein bisschen Akku-Game. Ja, und, äh, es gibt ja auch Magic, was wir noch machen können für euch. Da haben wir auch was geplant. Mit, äh, Luxor unter anderem. Mit Bladdig. Mit, ich glaub, Pedermus war's, wenn ich mich nicht irre. Oder Doskir, das ist einer von den beiden. Also, dass wir Magic-Duals gegeneinander spielen. Oder miteinander spielen und so weiter. Also, es gibt auch viele Games, die ja natürlich auch Free sind. Wollt ihr eins, zwei, das wir mal antesten euch? Dann schreibt's einfach mal in die Kommentare, wenn ihr einen Vorschlag habt. Ja, das hätte ich auch mal gesagt hier. Ah ja, klar, hau noch mehr Siegwitz raus. I'm fine with that. Habe ich mir gedenkt. Jetzt mal gucken, jetzt mal gucken, jetzt... Was tippst du, was habe ich da liegen? Das ist ein Counterspell... Ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich mich mal kurz räuspern. Hm. Das ist ein Counterspell und ein... Du hast ein Counterspell auf jeden Fall liegen, ein Vapora... Ne, du hast ein Mirror Entity und ein... Und ein... Ne, Mirror Entity ist das ja schon gar nicht mehr. Ja, Counterspell und, äh, Vaporize. Und dann lasse ich mir lieber den hier Vaporizen. Und Schüss. Weißt du nämlich warum? Das ist okay, ne? Das ist vollkommen okay für mich. Vielleicht die nämlich jetzt sowas von harten Damage machen wird, Alter. Meister. Das meine ich nicht, nur das weiß ich. Ach, leck mich doch auf Füß. 16 ins Gesicht. Joop. Ah, ist das schön. Ich muss schon sagen, ich mag den schon mal ein bisschen. Das ist leider jetzt nur in der Challenge so, dass man da so hart aggro gehen kann, aber... Oh mein Gott, ich find's nice. Na ja, vor allen Dingen, eigentlich ist es auch ganz cool, ähm, das Totem zu spielen. Weil, äh, man nach Schönen schnell vorankommt. Au. Ja. Nummer 8. Na, ich hab halt alles ausgespielt, was ich hatte, und, äh, das war's eigentlich jetzt auch. Äh, du ziehst ja jetzt nochmal zwei, jetzt, jetzt, jetzt hast du die Chance, Alter, komm, die Chance, leg was Schönes aufs Board. Okay, ist ein Arubian, ein Arubian Egg, würde ich nicht mehr retten. Und das sicherlich auch nicht mehr. Ah, doch, wenn's... Nein, boah, Gott sei Dank, jetzt ist es... Och, nee. Na ja, gut. Also, jetzt, jetzt kann ich dich nicht verlieren. Hast ein Minion auf der Hand, dann hast du ihn gewonnen. Ja, wenn ich erinnert, wenn ich erinnert, wenn ich erinnert, ziehe. Ha. Ja, Alter. Aber jetzt gucken wir, was ich hier Schönes noch auf der Hand hätte. Ich mach's so. Ist ja ganz okay noch. Mach ich so. Mach ich so. Hetz du, hol und, hol und Toto raus. Ja, mach ich doch. Dann mach ich erstmal hier. So, brav. Zack. Damage, neun, zack. Ja. Es sah anfangs besser aus, aber, äh, zum Ende des Games, dann, hab ich halt, nichts mehr aufhand. Gehabt. Ciao. Aber aber trotzdem ist es eine sehr, sehr schöne Runde. Und dann hätte ich mal gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Schreibt was Wunderschönes in die Kommentare, wie zum Beispiel, ähm, Challenges. Und, äh, vergesst natürlich nicht beim Ada vorbeizugucken, wie der gespielt hat und alles. Und lasst natürlich ein Abo da, Leute. Ein Abo ist immer cool und so, you know? Richtig. Ada, abschließende Worte. Hehehe. Hehehe. Ja, äh, was kann man sagen, ja, äh, lasst auf jeden Fall auch mal scrollen, Däumchen da, schreibt was denn das rein und natürlich, äh, abonnieren, nicht vergessen, ist kostenlos und schmerzfrei, ähm, kann euch nichts mehr passieren. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das schmerzfrei ist, so wie wir spielen. Ach, ist doch. Ne, wir quatschen zwar viel, äh, Driss zwischendurch, aber das muss sein, als wenn man sich so gegenseitig anschweigt. Es gibt ja Let's Player, die machen eher so, nur das Spiel zeigen und nichts zu reden, finde ich immer ein bisschen langweilig, wenn nur der Ton zu sehen ist. Oder zu hören ist. Finde ich immer geil, dass wir beide immer ein Gesprächsleiter haben und eigentlich super miteinander schnattern können. Auf jeden Fall. Da schnattern aber jetzt nicht falsch verstehen. Ja, gut. Soll es auch gewesen sein, ihr seht ja keine aktiven Bilder mehr. Das war's von uns erstmal für diese Woche. Tavern Brawl mit Skrull. Und dem anderen Boom. Ciao, ciao. Tschüss.